Du bist ein Menschenkind und schön, dass du da bist. Die Vielfalt begleitet dich und helft dir leben. Du bist ein Menschenkind und dass das so ist, dafür wird es viele Beispiele geben. Von allen Religionen in der Welt ist es nun für dich als Mensch das Christentum. Ich wünsche dir Vielfalt in allen Dingen. Planet Erde ist bunt und soll dir Freude bringen. Das Menschsein ist menschlich auch in der Religion. Dass das so ist, das merkst du schon. Du bist ein Menschenkind und schön, dass du da bist. Die Vielfalt begleitet dich und helft dir leben. Du bist ein Menschenkind und dass das so ist, dafür wird es viele Beispiele geben. Jachwe aller Gott sind von Menschen gemacht. Daher pass gut auf und gib stets Acht. Wer dir was und warum von Religionen berichtet. Du siehst die Vielfalt stets verschieden gewichtet. Du warst Mensch, du bist Mensch, du wirst Mensch sein. Daher stimmen wir alle gemeinsam ein. Du bist ein Menschenkind und schön, dass du da bist. Die Vielfalt begleitet dich und helft dir leben. Du bist ein Menschenkind und dass das so ist, dafür wird es viele Beispiele geben. Das so ist, dafür wird es viele Beispiele geben. Die christliche Kirche ist vom Ganzen nur ein Teil. Du bist ein Menschenkind und schön, dass du da bist. Die Vielfalt begleitet dich und helft dir leben. Du bist ein Menschenkind und dass das so ist, dafür wird es viele Beispiele geben. Das Ganze hier auf Erden sind wir Menschen alle. Wir sind ein Teil von der Natur und in jedem Falle ist jeder Mensch für uns eine Bereicherung. Der friedlich und höflich und mit viel Schwung uns alle ein Stück nach vorne bringt. Du bist ein Menschenkind und dass das so ist, der das Leben liebt und auch manchmal singt. Du bist ein Menschenkind und schön, dass du da bist. Die Vielfalt begleitet dich und helft dir leben. Du bist ein Menschenkind und dass das so ist, dafür wird es viele Beispiele geben. Jeder von uns ist ein Teil vom Ganzen. Dieses positive Denken sollten wir jedem einpflanzen. Du entdeckst die Vielfalt, wenn du den Globus betrachtest. Viele Weltanschauungen gibt es und wenn du stets beachtest. Liebe, Glaube, Hoffnung sind für jeden stets dabei. Die Religionen sind ein Teil und dein Denken ist frei. Du bist ein Menschenkind und schön, dass du da bist. Die Vielfalt begleitet dich und helft dir leben. Du bist ein Menschenkind und dass das so ist, dafür wird es viele Beispiele geben. Du bist ein Menschenkind und dass du da bist. Du bist ein Menschenkind und schön, dass du da bist. Die Vielfalt begleitet dich und helft dir leben. Du bist ein Menschenkind und dass das so ist, dafür wird es viele Beispiele geben. Du bist ein Menschenkind und dass das so ist, dafür wird es viele Beispiele geben. Vielen Dank.